Hallo liebe Löwenanhänger und herzlich willkommen zu dem Löwen-Doppelpass mit mir, Andreas Pallica. Mit mir, Mikael Apigge. Hallo Andreas. Hi, Mikael. Du hast im Sommer eine Weide bei Gogi gewohnt. Was habt ihr gemeinsam mit Gogi? Oh, ich und Gogi. Wir sind seit Jahren ziemlich eng befreundet geworden. Gemeinsam haben wir einfach unsere Freundschaft, würde ich sagen. Aber wenn ich bei ihm gewohnt habe, war das mehr so Vater-Sohn-Rolle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Sohn-Rolle angenommen habe. Und wie war es mit dem Temperament? Ihr habt beide so ein bisschen Feuer rein? Habt ihr einfach Schlägerei gehabt oder Kleines? Nein, das hat ziemlich gut geklappt muss ich sagen. Das ist nur auf dem Handballfeld, wo wir ein bisschen ein bisschen zukommen haben. Aber im Privatleben kommen wir 100% sehr gut klar miteinander. Ja und Mikael, jetzt bin ich dran. Du belegst momentan einen Anatomie-Kurs. Was willst du nach deiner Handball-Karriere machen? Machst du das? Interessant, wie man es auch rausgefunden hat. Meine Güte. Wer hat das gesagt? Spionage. Aber ja, ich hoffe das ist eine lange Zeit her, nach meiner Karriere. Aber ich glaube irgendwie wird man auch vielleicht etwas mitnehmen, was wir in der Handball-Karriere auch gelernt haben. Aber so genau weiß ich noch nicht. Alles klar. Meinst du, dass du deine Muskeln kennenlernen musst? Genau. Ich muss verstehen, wie es hier funktioniert, weil es nicht so gut funktioniert. Es klappt einfach nicht. Und da muss man auch nachdenken, weil sie sehen, dass es nicht funktioniert. Alles klar. Gute Antwort. Ja, dann gehen wir weiter. Oh, hier ist eine gute Frage. Warte. Beim Fußball wirst du auch Shlatan Ibrahimovic genannt. Wäre aus dir auch ein guter Fußballer geworden oder welche Sportarten beherrschst du noch? Uff, ich habe ja lange gleichzeitig Fußball mit dem Handball gespielt, so bis 15. Und dann habe ich mich damals für Handball entschieden. Aber ich fand Fußball genauso, hat mir genauso viel Spaß gemacht. Und ja, man kann ja nie sagen, dass man in eigenemals gut war. Aber ich konnte zumindest den Ball behärschen. Sonst, nein, das Fußball und Handball waren die zwei größte Sporte in meinem Leben, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen tennis gespielt kurz und ein bisschen Judo gemacht, ein bisschen solle... Ja, aber das war mehr so eine Woche, zwei Wochen probiert und hat mir nicht so gefallen. Ja. Aber hier bist du so als Zlatan Ibrahimovic genannt, warst du auch als Striker dabei oder warst du im Mittelfeldspieler? Das war ja sehr, sehr schnell. Das war meine unglaubliche Technik. Das sieht man einfach. Da muss man ja im Training vorbeikommen und einfach zuschauen. Also da kriegt man sich ein Fußballerlebnis von mir. So ist das. Deswegen glaube ich, habe ich diesen Namen gekriegt. Alles klar. Miguel. Ja. Wer hat mehr Haarpflegeprodukte? Deine Freundin oder du? Uff, das ist ja eine schwierige Frage. Aber ich glaube schon sie. Aber ich glaube immer von sie. Deswegen sieht man auch meine Haare so gut aus ab und zu. Sie hat deutlich mehr Sachen, aber ich benutze vielleicht mehrere Sachen. Du bist ja verdammt Sus, das muss man ja sagen. Das liegt ja viel an die Haare. Jetzt bin ich ein bisschen rot im Gesicht, glaube ich. Hier sind wir ein bisschen mit Handballen frei. Ist schön. Wir spielen in der EM-Quali wieder gemeinsam für die schwedische Nationalmannschaft. Du und ich. Auf was freust du dich am meisten? Ja, erstmal ist das ja. Man ist ja immer stolz und freut sich für den Nationalmannschaft zu spielen. Natürlich das ist ja eine große Herausforderung. Und das war ja immer ein Kindertraum. Und das macht ja natürlich Spaß und ich freue mich jetzt wieder dabei zu sein. Ich habe eine längere Pause gemacht und war nicht dabei. Und jetzt ist so ein Drehpunkt für mich. Ich fühle mich das und hoffe, dass es auch so viel Spaß machen will, wie ich mich vorstelle. Es ist natürlich auch sehr gut, dass ich zusammen mit ihr wieder spielen darf. Wir kennen uns ja sehr gut jetzt von der Klubmannschaft, auch von alten Seiten. Ich freue mich einfach und gehe da mit voller Polle rein. Glaubst du, dass wir auch da die Zlatan Ibrahimovic-Rolle haben? Hundertprozentig sicher werde ich diese Rolle da haben. Und du als Japp Stamm dahinter?